What's poppin? Heute gibt es einen gefüllten Bikini. Wasser von der Firma Leitung. Ein kleiner Scherz am Rande. Ich glaube, ich brauche eine Taucherbrille. Was ist denn mit Chrissy los? Das sieht gar nicht gut aus. Und es riecht mega geil. Wusstest du eigentlich, dass man Petersilie nicht rauchen kann? Echt? Das habe ich bestrehe noch nie ausprobiert. Es hat sich herausgestellt, dass der Werteherr das Rezept verändert hat. Aber nein, warum wollen wir mal mehr zuhören? Du wolltest das extra noch mal nachlesen zwischendurch. Und ich habe extra nachgefragt. Diese, wir backen, das klappt eh nicht. Geht es halt einfach nicht. Halb mal raus. Willst du nicht den halben Handschuh in die Zucchini dippen? Das wird nicht klappen. So, jetzt kommt der geilste Part. Einen gefüllten Bikini hätte ich lieber. Gefüllten Bikini.